Hallo liebe Zuschauer, heute gibt es eine wirklich kurze News für euch. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spiele-Blog zu euch nach Haus. Der News-Bereich fällt etwas kürzer aus, auch nicht mehr so regelmäßig, aber das habt ihr euch ja gewünscht. Ihr wollt natürlich lieber Spiele sehen, wie wir spielen und unsere Meinung hier ehrlich kundtun. Eine wichtige News möchte ich aber an dieser Stelle durchaus verkünden, weil vielleicht gibt es in den nächsten Tagen mal das eine oder andere zusätzliche Video, weil ich bin in Nürnberg auf der Spielwarenmesse. Ähnlich wie letztes Jahr werde ich euch wahrscheinlich wieder kompakt einzelne Spiele vorstellen. Es gibt ein paar Besonderheiten, also lasst euch mal überraschen, weil ich kenne ja durchaus eure Wünsche und weiß, was ihr sehen wollt. Und der eine oder andere hat mich schon angemeldet und mich gebeten, sich das eine oder andere anzuschauen. Das mache ich gerne. Ich will natürlich auch einiges entdecken und es gibt einiges zu sehen. Also dürft ihr euch auf jeden Fall auf viele Neuheiten in kompakter Version freuen, über die ich teilweise im Nachgang natürlich auch nochmal einzeln berichten werde und euch dann vorstellen werde. Ja, das Gewinnspiel möchte ich auch nochmal sagen, das läuft noch bis zum 2.2. Dissel in dem Fall ins Spiel, was ich bzw. der Ralf zur Linde euch gezeigt hat, das Gewinnspiel läuft. Da könnt ihr noch mitmachen, ihr müsst nur in die Kommentare entsprechend reinschreiben, dass ihr teilnehmen wollt. Ansonsten, die letzten Tage gab es doch einige To-Do's, so nenne ich es gerne, die wir hier gespielt haben. Hive war jetzt zum Beispiel auch öfters dabei. Also da gibt es auch schon bald Videos, aber auch zu weiteren Spielen. Gravity Tracks, mal schauen, ob ich dann Nürnberg sogar noch was mache, weil viele interessieren sich auch für die Neuheiten. Und No ist bei euch auch sehr beliebt, deswegen gab es einen richtigen, rapiden Anstieg bei dem Video No. Das waren glaube ich gerade mal 25.000 Klicks innerhalb von wenigen Tagen. Das Video von No hat YouTube hochgestuft, was natürlich super für mich ist und das gab natürlich einen großen Schwung. Es ist ja auch zum Toy Award nominiert. Schauen wir einfach mal in Nürnberg, was es da noch alles zu sehen gibt. Ansonsten, wer den Blog etwas näher verfolgt, der hat auch schon gemerkt, ich habe weitere Gäste gehabt hier. In dem Fall unter anderem der Steffen von Fun Tales. Da gibt es auch irgendwann die Videos von dem Kickstarter, vom Kickstarter-Spiel. Also da dürft ihr euch auf jeden Fall freuen, auch etwas mehr über den Verlag erfahren. Also das wird richtig toll. Das wird, denke ich, auch sehr interessant. Aber es gibt noch weitere Gäste dieses Jahr. Also es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Ja, ansonsten, mehr brauche ich gar nicht zu sagen, was die Fragen angeht. Habe ich ein separates Video gemacht, Frage-Antworten, weil es gibt immer oft die gleichen Fragen, die ihr an mich stellt. Und die habe ich ein separates Video in dem Fall beantwortet. Auch das Thema Werbung, weil das immer eingeblendet ist. Auch darüber habe ich separat berichtet. Es gibt auch ein einzelnes Video, da ist soweit fast alles gleich geblieben. Habt ihr auch gemerkt, aber das war es auch in Kürze, sodass ihr aktuellen Stand auf jeden Fall bekommt. Wie gesagt, lasst euch überraschen, was in Nürnberg an Videos kommt. Vielleicht zusätzlich schauen wir einfach mal, wie ich das schaffe. Ich freue mich nämlich sehr, auf die Messe erneut. Auf die Messe zu gehen ist ja quasi eine Messe für Händler und Presse in dem Fall. Und da bin ich seit Jahren vor Ort und schaue mir gerne die Neuheiten an. Und da freut es mich sehr, euch hoffentlich auch einiges zeigen zu können. Ich denke, das war es in Kürze. Jetzt mal ohne Kinder. Aber wenn noch Fragen sein solltet oder Wünsche, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder mich anmelden. Die Mailadresse ist ja hinterlegt in Kanalinfo. Da erreicht ihr mir auf jeden Fall. Ansonsten einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Ich sage Tschüss, macht's gut und bis bald. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblog zu euch nach Haus.